So, jetzt erforschen wir schon mal unser Bensier. Habe ich da hier nicht schon auf die Anfang geklickt gehabt? So, jetzt aber. Gut. Ihr habt erfolgreich ein Gebäude ausgebaut. Gebäudeausbau fertiggestellt. Euer Gebäude wurde ausgebaut. Ja, auch wenn das in den beiden Ecken ja nicht viel bringt. Jeder tandrische Thaler, den wir schlagen, klingt wie Musik in meinen Ohren. Das ist der Klang der Freiheit. Ich denke, euch gebührt die Ehre, ihn zuerst in den Händen zu halten. Gebt das Geld mit vollen Händen aus, auf das die Grundsäure Seilbildung in die Welt getragen wird. Ja, und tandrische Thalerung geschafft erhalten. Glückforscher der Tat haben wir Prestige gemäht. Äh, brav. Gebäudeausbau fertig. Ja, das heißt, wir brauchen noch 50 Leute. Was in Klammern weniger ist, als es erscheint. Ich meine, wir haben schon 105 Soldaten inklusive Generälen. Das ist es. Ich meine, wir brauchen noch 100 Soldaten. Ich meine, wir brauchen noch 100 Soldaten. Ich meine, wir brauchen noch 100 Soldaten. Und dann ist es das, was wir brauchen. Ich kann schon mal eine Folge aus. Und dann ist es, was wir brauchen. Ja, die Ball wird halt fleißig gebaut. Oh, wie man merkt, die Quest-Tafel ist ein bisschen am Rumspacken. Wie kannst du denn Mangel an Wasser haben? Oder darf es einfach nur gerade nicht, weil da Gebäude ausgebaut wird? Ihr habt erfolgreich ein Gebäude ausgebaut. Ich meine, hallo? Oh, da ist doch genug Wasser und Holz drin. Kann ja nicht alles für die anderen beiden reserviert sein. Oh, da ist doch genug Wasser. Oh, da ist doch genug Wasser. Na ja, Hauptsache wir kriegen so ein Papier zusammen, was wir brauchen. Okay, unsere Gebäudeanzahl nimmt immer mehr ab, die wir bauen. Hier sieht auch alles gut aus. Hier können wir mal wieder auf keine Stellen so viel Mehl, wie die schon produziert haben. Oder noch bessere Idee, hier bleibt auf einfacher. Und wir haben einfach noch zwei Bäckereien raus. Gut, die Hälfte des Papiers haben wir schon. Die Wurst wird auch nach und nach geliefert. Hier unten steht auch Hals. Von hier oben fehlt die Kohle halt noch. Euer Gebäude wurde ausgebaut. Beschleunigen wir mal die Papierproduktion ein bisschen. Ich meine, Fleisch dafür müsste hier mehr als genug sein. Und ja, so liebe ich das. Ein Haufen Gewusel, Optimierung, Aufbau. Und das Gefühl, dass alles funktioniert so wie es sollte. Ihr habt erfolgreich ein Gebäude ausgebaut. Die sehen alle maximal ausgebaut aus hier. Gebäudeausbau fertiggestellt. Die hier auch. Na, noch 29 Siedler brauchen wir. Aber gut, die Bauhütte wird ausgebaut. Euer Gebäude wurde ausgebaut. Ihr habt erfolgreich ein Gebäude ausgebaut. Ja, die Anzahl der Ausbauten wird langsam überschaubar. Gebäudeausbau fertiggestellt. Gut, das hier könnte ich einreißen. Kann ich machen, sobald ich die 500 Siedler erreicht habe. Das wären 4 Siedler weniger. Ich brauche noch 24. Danach würde ich noch 28 brauchen. Ich gewonnen. Ich bin beim Ausbaan aufgekl Jackson. Ich hab glaube ich nicht mitgebracht. Ich bin ein Zboden. Ich habe mich nicht mitgebracht, ich einen Zboden. Ich habe mit dem Zboden. Ich habe diesem Zboden. Ich habe nächsten Mal wieder mitgebracht. Ich bin jetzt bei diesem Zboden. Euer Gebäude wurde ausgebaut. Sehr schön, das wurde ausgebaut. Oh, bringt aber immer noch nichts. Wir kriegen immer noch nicht genug Wasser hinein, dass wir beide, alle drei versorgen können. Oh, außerdem fehlt die Verpflegung. Hey, wir kommen jetzt langsam bei die überschaubare Stelle. Euer Gebäude wurde ausgebaut. Oh, ich hoffe, dass wir wirklich nicht zurückkehren können.